Als Mami mit Führungsposition im Teilzeitpensum versuche ich die Bedürfnisse von Job und Familie erfolgreich durch den Tag zu bringen. Dank meiner Belastbarkeit und meinem Organisationsgeschick gelingt mir das meistens und ich habe steuerfest in der Hand. Mein Bereich ist sehr vielseitig und ich darf schon in jungen Jahren Führungspositionen einnehmen und wachse heute noch Tag für Tag an den neuen Herausforderungen. Wieso ich gerne hier arbeite? Das ist ganz einfach. Ich habe meinen Traumjob und der Tour Suisse ist seit Jahren ein flexibler Arbeitgeber mit Weitsicht. Auch für dich? Dann bewirb dich jetzt. Das ist ganz einfach.